Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute mal wieder A Day of Tuan, Leute. Wir sind wieder als Tuan unterwegs. Wenn ihr Bock drauf habt und noch mehr von Tuan sehen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Ich würde mal sagen, let's go! So ein guter Tag! Ah, Jungs, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ich bin ein bisschen unterwegs hier. Ich muss gucken, was geht, ne? Heute liegt viel Gesäfte. Oh, warte mal, klick an Anluft. Oh, hallo! Hallo, Tuan! Ah, warte mal, ist die... Ja, komm vorbei, ich habe Arbeit für dich, wenn du gerade Zeit hast. Ja, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Kein Problem, ich komme Arbeit machen. Ja, mein Haus, ich warte an mein Einwesen und mach schnell, ich habe nur 20 Minuten Zeit. Ja, ich bin duf und da, ich bin in der Nähe. Tschö, 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 tschö. So, huuuh, warte mal, aber gute Zubs, wir zahlen gut. Ich muss sagen, der nicht wie Luftgewer oder so ist, die nicht Geld haben, immer Torengeld besorgen, der hat auch Geld. Auch ein Mann, der Macker ist. Ich bin gespannt, Leute, was wir machen müssen. Müssen wir die Organisation auslösen? Müssen wir die Armee stützen? Oder müssen wir die Präsidenten erfüllen? Ich weiß noch nicht, wir gucken mal. Let's go. Huch, gleich um die Ecke. Ei, 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 ei. Ich sage wirklich, ich bin ein bester Fahrer Gast. Ich gehe hier anwesend von Waldemar. Waldemar! Fahr rein, fahr rein. Äh, zu guter Tag. So, also, ich muss kurz das Geld in meinen Koffer rummachen, in meinem Auto. Warte kurz, ich habe Arbeit für dich. Arbeit, ich habe gehört, am Hafen, Polizei arbeitet da gerade. Warte, hier kurz rein in den Koffer. So, Polizei arbeitet gerade am Hafen, ja? Und ich habe einen geilen Wagen. Und ich habe gehört, ich habe einen Abnehmer, der will diesen Wagen kaufen für viel Geld. So. Wie viel Pluzentik, ClickUp? Du, ich habe Jobbesuch, du erledigst 50,50. Äh, ich würde sagen, da fehlt nur noch ein guter Anschlag, oder? Äh, ja, du kriegst den Koffer, den ich gerade ins Auto gelegt habe. Das sind nochmal 200.000 Euro. Okay. Ich verlaufe dein Wort, Waldemar. Du musst aber die Wagen sicher bringen. Die dürfen nicht kaputt gehen, sonst ist kaputt alles, oder? Also, alle Wagen müssen gut ankommen, ansonsten gar kein Geld. Alle Wagen ankommen, sonst weniger Geld, wenn keine ankommen. Okay, okay. Also, Plu-Wagen, die ankommen, weniger Geld. Genau. So, du, du fährst Haft und, äh, ich weiß nicht, ich glaube, drei Wagen. Guck an, da Lambo, Mambo, I8, guck einfach, was da geht. I8, Lambo, okay. Ja, ich, und noch eine, und noch eine. Guck, guck, ob die da sind, guck, ob die da sind. Okay, okay, ich kann gucken, kein Problem, ha? Okay, okay, fahr los, also, ich muss auch zur Arbeit, dabei. Tschüss. Ja, ja, auf Wiedersehen. Okay, wir müssen jetzt dahin, ich fass im Hafe. Uh, Leute, hier müsste gleich Hafe sein, hier müsste gleich Hafe sein. Ja, servus, ja, ciao, ne, so stehen bleiben, ne, ne? Ja, was ist los? Ah, was ist denn das hier, Transportfahrzeuge oder nur, ne? Ja, ich hab mein eigenes Lagerhaus, hab ich eigenes Lagerhaus, Adlin, ja, ja. Ja, gut, zeigen Sie mir bitte das Lagerhaushausreis und so. Ja, das ist ein anderes Auto, Adlin. Warten Sie ganz kurz, ey, Sie da hinten, ich hab gesagt, Sie sollen warten, ey, ich bin hier gerade mit einem Kunden dran, ja. Ja, ich hab gesagt, aussteigt sofort, aussteigen, sagte ich hier, ey, 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 was passiert denn hier? Oh Gott, ey, die mag mein Auto. Oh, aua. Stehen bleiben, stehen bleiben. So, keine Panik, hier wird alles geregelt, bitte einmal rausfahren alle. Hier, stopp, ich steh das hier jetzt raus, wenn Sie nicht fahren können, ey. So, ich sage, aussteigen hier, ey, chaotisch hier, Kollegen, übernehmen Sie mal hier die Dame. Hi, alle Autos, keiner kommt rein, keiner. Okay, wir sind durch, wir sind durch. Mein Gott, das war ein Glücksfall. Das ist ein guter, 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 guter Glücksfall. Gut, guck mal, die Leute laufen hier, dem die Süßwassern gehört. Ah, wir fallen mal ganz ins Band hier ein bisschen rum. Mal gucken, was abgehälen. So, oh, da sind die ganzen Sachen. Warte, ich packe ein bisschen hier, oh, da sind viele Polizei, da sind viele Polizei, ah. Okay, Leute, wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen slow machen, hä? Oh, ich weiß wie, ich weiß wie das erste Auto uns hole. Wenn ich das hochgehen lasse, Explosion kommen, alle Polizisten laufen, lieber. Und ich kann erst das Auto holen. Aber ich muss schnell gehen. Oh, komme ich hier durch? Nein, komme ich nicht durch. Ich muss warten, bis sie vorbeigelaufen sind. Okay, Leute, ihr seid ihr Lendi. Ich mache Entspanierung in drei, zwei, eins. Was war das? Hä? Alle Einheiten bitte abchecken, da ist eine Explosion am Hafen. Eine Explosion am Hafen. Oh, schnell, 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 schnell. Mein Gott, die dürfen mich nicht sehen hier. Oh, die Feuerwehr. Okay, ich muss jetzt slow machen. Wie mache ich hier am besten? Oh, ne weg, die Absätze sitzen auf mich. Okay, ich weiß wie, ich gehe direkt klein und mache Verbissung. Und los. Oh, ab direkt, weil ihr wisst. Oh, hey, Zeit, wo ist es denn? Hey, stehen bleiben. Hey, stehen bleiben. Oh, die Sisse, die Sisse. Oh mein Gott. Oh, ja, wer auch noch? Ei. Oh, okay, 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 okay. Aber egal. Wir haben erst Auto, Leute. Wir haben erst Auto. Perfekt, erst Auto. Let's go. So, jetzt müssen wir schnell wegbringen. Oh, komme ich am besten raus. Komm, ich komme ein bisschen raus. Okay, okay, okay. Oh, ja, auch keine Verfolgung, hä? Boah, was für ein geiler Covid. Uh, das ist das letzte Auto sein muss. Covid. Hier ab. Uh, Lamborghini. Okay, okay, warte mal. Hier ein guter Fast-Tag, oder? Boah, hier ein sehr guter Fast-Tag. Uh, okay. Ich werde die hier alle jetzt packen. Ich werde die hier alle packen. Und jetzt, ich werde mir ein anderes Auto suchen, womit ich hier leihen kann. Ich habe mein GLI jetzt geupfert dafür, ah. Aber wir werden wieder besucht. Kein Problem. Das ist ein Zeuge. Wir müssen uns um den Zeuge kümmern, Leute. Ich habe gesehen, wie wir Auto hier leihen gefahren haben. Ne, 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 ne. Ninja-Modus aktivieren. Nimm Po. Geheim YouTube des Messerangliffs. Ah. Sünde ich auch Ninja-Zu? Ne, Ninja-Zu-Vituan. Ich könnte nicht, ne? Oh, dein, dein kostenloser Auto. Grüßt hat dein Herz. Dank Sü. Okay, wir fahren jetzt los zum nächsten Mal. Let's go. Oh, Leute, guck mal. Da sind die facken. Okay, die muss ich jetzt aushalten. Die haben sich wahrscheinlich mein Gesicht gemerkt. Wird mal so, Macke, hier. Gänsel, sieht die das nicht? Oh, wie komme ich am besten hier allein? Ich habe eine Idee. Mein Gott, bin ich slow. Jetzt, guck mal, die lassen diese LKWs und so vor. Jetzt, ich muss slow, Macke. Ich muss slow, Macke. So, jetzt, wir machen Ninja-Modus. Nein, die werden das nicht bemerken. Erst, ich halte den da ab. Den ausgesalte. Zack, zack, zack. Okay, Leute, jetzt, warte. Okay, die Leute sagen zum Glück nichts. Und. Eija. Oh, die haben, glaube ich, was gesehen. Ich muss den zuerst aushalten. Oh, mein Gott. Nein. Oh, mein Gott. Nein, 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 der Macke, Funk. Der Macke, Funk. Der wird aufstehen. Oh, jetzt habe ich gewisst. Jetzt habe ich gewisst. Jetzt habe ich gewisst. Ah, ich habe eine Idee. Wir klauen die LKW da. Und ich mag so, als ob ich die Ladung. Und wenn die Miklappen nicht abliefen wollen, ich aussteige und dann, ich, bam, gehe woanders. Ich gehe einfach Auto klauen. Oh, aber hoffentlich verfolgen die Miklappen nicht da. Das wäre kacke. So, jetzt, ich hole hier schon mit. LKW, ich mag eine Ladung vor Tössung. Eine Ladung, die ich liefern muss. Hey, slow, sei ehrlich. Twan habe ich 100, 500 Eko. Kann ich nicht davon nicht behaupten. Oh, ist zur Seite. Lieferung, Lieferung, Lieferung. Eine ganze Waage voll mit Donuts. Fahren Sie durch, ne? Ich mache den B&B hier mal weg. Bei der Seite. Können Sie durchfahren. Dank Sie. So, fahren Sie durch, ja? Fahren Sie rein. Oh Gott, Leute. Wie ist der? Oh Gott, hier haben wir jetzt einfach so einzuplästern. Oh Gott, der kommt irgendwie mit Waffeln aus. Oh Gott, der wird sissen, der wird sissen, der wird sissen. Nein. Oh. Der wisst. Was ist hier passiert, Leute? Oh, mein Gott, warum so? Es ist allein. Oh, ich muss nicht weg. Oh, ich habe den Lambo. Ei, ich habe den Lambo. Oh, mein Gott. Ich habe den Lambo. Oh, mein Gott. Ich muss wegkommen hier. Ich muss wegkommen hier. Verdächtige flüchtete im Lamborghini. Polizei Lamborghini führt den Hafen absperren. Ich wiederhole den Hafen absperren. Absperren absperren. Nein. Oh, mein Gott. Okay, okay, Leute. Geht nicht anders. Ich weiß. Nein. Das nicht so klar kaputt machen. Oh, ich kriege weniger Geld. Okay, da hilft nichts anderes. Da hilft nichts anderes, Leute. Wir müssen fuller Power gehen. Ah. Bam. Erster weg. Erster. Oha, der ist weggeflogen. Okay. Oh, mein Gott. Nein, der ist ausgewiesen. Der ist ausgewiesen. Oh, bam. Oh. Stehen bleiben, so lange es noch machbar ist. Wir eröffnen das Schussfeuer. Nein. Das Schussfeuer. Hier, klären meine Lobombe. Ei. Ei. Stehen bleiben. Ja, ich kann den erinnern. Okay, und du? Motora, denke, du bist sehr kalt. Mein Lambo. Okay, komm her. Ich mach die kaputt. Ah. Okay, den habe ich komplett weggelammt. So klären meine Polizei es lässt. Gar kein Problem. Oh, warte mal. Hier war doch da, wo ich mein Motora links festlegt habe, oder? Alle hier. Oh, ja. Jetzt habe ich komplett. Oh, Lambo ging hier. Ah, wenn das toll. Ah, wenn das toll. Super Auto. Dann die auch gemacht habe, die Auto. So, Auto Nummer 2. Klar, aber die wissen, wie geht es aus hier. Okay, Leute, wir müssen jetzt reingehen. Jetzt komme Klick. Ah, jetzt komme Klick. Ich will die kaputt machen. Okay. Warte mal. Oh, Leute. Ich muss ganz kurz hier. Auf. Auf. Oh, Leute, guckt mal. Ich habe eine schöne Waffe geholt aus der Kiste da. Wusste doch, ihr kennt das hier nicht. Das ist dieses Lager von der Welt. Und danke schön fürs Auto. Danke schön fürs Auto. Ah. Und einmal los mit dir. Guck mal. Ich sage einfach, der Slafen. Der Slafen. Hihi. Da alle denken, ich habe ein Kollege dabei. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee, Twan. Ich muss selber mich mal auch loben. Ich muss mich selber auch mal loben. Wacke sonst keiner, eh? Alle denken immer, die wären klasse als Twan. Es ist ein sehr guter Tag des Slafen. Oh Gott, nein. Das ist eigentlich... So, ich muss den aus... Okay, der ist ausgelautet. Der ist ausgelautet. Hey. Leute, guckt mal. Guckt mal da. Ich kann mal vom Stande bekommen. Oh nein, die wissen, wer ich bin. Die wissen, dass ich nicht klein gekommen bin. Wie, 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 wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur Sandus hinter mir her. Hey. Die kriegt mich niemals. Kuligas. Hey. Oh. Oh. Okay. Jetzt muss ich... Ich muss Zeit. Ich muss mir Verteidigung machen. Okay. Ah. Und. Auf Wiedersehen. Oh. Oh, hier ist ein Klanggewakel. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Oh, die sind. Die sind. Wir gehen mit dem Kempfen. Wir gehen mit dem Kempfen. Oh. Ja. Ah. Oh mein Gott. Oh. Ich habe Deckung. Ich habe Deckung. Gib auf. Du, nicht mit klicken. Gib auf. Wo ist der? Ist der? Gib auf. Ich werde dich erst sitzen. Wir sitzen dahinter. Achtung, Achtung hier. Bleibt sich stehen. Ich bitte nicht erwischt. Nein. Ah. Oh mein Gott. Die kommen vor alle Ecke. Vor alle Ecke. Ja. Oh mein Gott. Jetzt muss ich... Ich muss die Acht mit Hulle. Ich muss die Acht mit Hulle. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, was für Versteckung kommt. Was kommt für Versteckung? Niemals, Kollege. Oh. Aua. Oh, die sitzt auf mich. Die sitzt auf mich. Oh mein Gott. Oh. Ja, meine Acht. Guck mal. Ja. Mein Lieblingsauto. Oh. Polizei. Okay. Ich habe die Polizei erwischt. Ah, erwischt und gemerkt. Polizei. Oh. Oh. Ei. Oh. Oh Gott. Die sind alle auf dem Weg. Oh. Ist der weg. Oh mein Gott. Wir haben Helikopter in uns. Leute, wir müssen Helikopter abschalten. Sonst können wir niemals abbauen. Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg, Leute. Oh Gott. Wir müssen abbauen. Hey. Hör auf. Er wisst. Er wisst. Er wisst. Er wisst. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen wegkommen. Gut. Polizeispelle. Ich habe eine Idee. Polizeispelle. Hier kriegen mich niemals. Oh. Eine Polizeispelle ist vorbei. Oh. Ei. Was ist das für ein Fahrzeug? Ich kann nicht raushalten. Oh mein Gott. Ich kann nicht zu meinen anderen Autos fallen. Oh. Flieg Waldemann nicht auslasten. Sie haben noch eine Chance, sich zu ergeben. Bleiben Sie stehen. Nicht. Bleiben Sie stehen. Nein. Sie haben keine Chance. Die Stadt ist verriegelt. Wir haben keinen Autosick mehr. Die Stadtverriegelung. Ich muss aus der Stadt rauskommen, sonst ich habe keinen Song. Machen vorbei. Twan, Polizei. Ah. Oh Gott. Ich sehe es alle auf mich. Ihr weiße Linie. Ihr weiße Linie. Komma, komm, komm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh nein. Und davon auch ein Polizist. Nein. Zur Seite. Ich sehe es auf mich. Okay. Jetzt leisen. Jetzt geht nicht mehr anders. Ich muss Haftkummer benutzen. Oh Gott, die Lauf. Nein. Oh, daneben ist es ein Geschenk. Okay, okay, okay. Wie langsam. Wir haben nur noch gleich Sterne. Wir haben nur noch gleich Sterne, Leute. Nur noch gleich Sterne. Wir sind gleich durch. Wir haben gleich gesafft. Ah. Ich glaube, wir sind langsam weg. Wir sind langsam weg, Leute. Endlich. Wir müssen aufpassen, dass die Kopfhörer nicht. Ich finde. Jetzt, wir machen Verziehung. Leute, wir haben gesafft. Gleich ist ja nicht. Ich werde noch Lust. Keine Sorge. Leute, wenn ihr das Video gefallen hat, lasst ein Like. Und ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, zu gucken, wie viel Geld wir kriegen und was wir noch machen mit 1, dann Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Schreibt ruhige Kommentare. Tschüss.